12K Blackmagic Ursa Mini Pro 12K ist angekündigt worden 80 Megapixel Kamera 12K 12288 x 6480 Pixel Super 35 Sensorgrösse Etwas Äquivalent von APS-C 1,6 Jesus Ich finde das geil Ich finde das geil, dass es das gibt Ob es das braucht, ist eine ganz andere Diskussion. Ich brauche das nicht Du brauchst das wahrscheinlich auch nicht Aber es ist cool, dass es das gibt Es pusht Technik ein wenig vorwärts Es macht allen Konkurrenten ein wenig Feuer unter dem Arsch Dass die auch mal ein wenig vorwärts machen sollen Es ist spannend Ich finde das spannend Jetzt wo kann man das brauchen Man kann das zum Beispiel brauchen, wenn man VFX Plates schiesst Du musst verstehen, wenn man in einem Hollywood Film im Greenscreen hinten irgendetwas macht dann ist das nicht immer alles digital was dort hinten eingefügt wird sondern dann ist das zum Teil auch effektiv etwas abgefilmt Es ist ein bisschen schwer mit dem Track Aber Oblivion ist so ein Beispiel Oblivion, der Tom Cruise Science Fiction Film Die haben das Studio gebaut Das Set von dem Haus wo er gewohnt hat und die haben eine riesen Leinwand rundherum gebaut und sind dann 3 Tage auf einem Vulkan und haben Wetter gefilmt in alle Richtungen, in alle möglichen Wetterbedingungen, Wolken, Sonne, Nacht, Tag, alles mögliche und haben das dann beim Filmen auf die Leinwand, die rundherum war projiziert Der Vorteil von so einer Technik im Gegensatz zum Greenscreen ist, dass du dann nicht das ganze Green rausretuschieren weil das tust du ja nicht nur ersetzen sondern das strahlt auch ab wie das Blau da in mein Gesicht abstrahlt, wird auch ein Greenscreen abstrahlen und das muss man auch wieder rauskühlen, rausnehmen und wenn du vor Ort direkt auf der Leinwand natürlich etwas drauf projizierst, dann hast du die richtigen Lichtverhältnisse so haben sie auch den Mandalorian jetzt gemacht das ist eine recht coole Technik ich muss schnell schauen, ob ich das finde das ist eine neue Technik, die sie dort gebaut haben wo sie zusammen mit ähm mit der Unreal Engine haben sie das quasi digital eingefügt im Nachhinein nein, aber nicht im Nachhinein sondern vor Ort schon wie du da siehst und was das erlaubt ist, dass die Schauspieler und alle Leute vom gleichen Reden du spielst nicht in Formen Greenscreen sondern du spielst effektiv in einer Szene du siehst wie es nachher wird du siehst wie es nachher wird und du hast die richtigen Lichtverhältnisse und es seht euch das extrem viel realistischer aus, obwohl es komplett digital ist sehr sehr spannende Technik kann ich euch nur empfehlen das mal abzuchecken aber zurück zu der Blackmagic Kamera 12K 12K das ist die meisten Leute haben gar kein Verständnis wie gross das ist 12K ist riesig und was es erlaubt ist das kannst du rein beim Filmen zum Beispiel wenn du willst ein Endprodukt in 8K rauslassen dann kannst du es in 12K shooten und du hast trotzdem ein bisschen Spatzi zum reinzoomen reincroppen stabilisieren das machen wir auch heute so das ist ein anderes Thema das ich sehr gerne ansprechen und zwar der ganze 4K Hype da kannst du dabei sein oder nicht dabei sein Fakt ist ich film das Video zum Beispiel auf 4K mein Output ist aber immer noch HD wie das auch bei den meisten bezahlten Jobs heute immer noch ist es gibt keine Kunden es gibt praktisch keine Werbung wo ein Endprodukt in 4K wirklich verlangt wird was es dir aber erlaubt wenn du in 4K shooten und in HD Deliveries dass du eben wie vorhin gerade erwähnt du hast ein bisschen Spatzi im Übrigen du kannst ich film das Video in 4K ich kann noch ein bisschen zoomen wenn ich das möchte wenn es hektisch ist kann man stabilisieren ohne einen sichtlichen Qualitätsverlust zu haben die einzigen Leute die wirklich 4K brauchen sind YouTuber das ist ein Marketing Hype zum Kameras zu verkaufen wie das alles wie auch Blackmagic 12K brauchen wir das nicht Spannend ist es dennoch weil es dir ein paar Sachen erlaubt die nicht möglich sind ich möchte immer eins oben dran sein wenn du in HD Deliverest shootest du in 4K wenn du in 4K willst du finishen musst du in 6K shooten wenn du in 6K willst finishen was der David Fincher der einzige Mensch auf der Welt glaube ich ist der das macht du willst in 8K shooten Avengers Endgame Avengers Endgame der grösste Film der bestverdienstete Film den sie jemals gegeben hat ist ein 2K gefinisht ich schaue ob ich dir das raussuchen kann dass ich dir das auch beweisen kann kein einziger Film der letzten 3 Jahre der für beste Film oder beste Cinematografie nominiert gewesen ist an den Oscars ist in native 4K gefilmt weil die werden praktisch alle mit der Ari Alexa drehen der Ari Alexa ist 3,4K oder 2,8K gibt es auch und das reicht denen dann reicht es auch dir Avengers Endgame ist mit der Ari Alexa 65 IMAX gefilmt auf 6,5K ist gefinisht worden in einem 2K Master Format das was du im Kino gesehen hast sogar wenn du auf einer IMAX Leinwand bist zu schauen ist in 2K gefinisht das Endprodukt von diesem Film ist 2K das ist letztes Jahr 2019 der grösste Film den es jemals gegeben hat 300 Millionen Budget das ist brutal 356 Millionen Budget natürlich gibt es Filme die anders gefinisht werden oder auch Serien Mindhunter von meinem Lieblingsregisseur David Fincher Mindhunter auf Netflix unbedingt abchecken wenn du das nicht geschaut hast vor allem die erste Staffel David Fincher shootet Mindhunter in 6K Master Format 6K auf seiner Custom Red Xenomorph Dragon der hat eine eigene Red von Red die extra auf seine Bedürfnisse angebaut worden ist anpasst worden oder von Grund auf gebaut worden nein das ist verrückt das gibt es schon ein von den ersten Filmen war Spider-Man Amazing Spider-Man war der erste oder der zweite bin mir nicht mehr ganz sicher Amazing Spider-Man 2012 ist in 4K gefinisht also verstanden mich nicht falsch das wird gemacht es gibt Kinofilme die in 4K gefinisht werden damit sie Future Proof sind Netflix hat die Regelung auch wenn du für Netflix eine Produktion machst wie jetzt eben Mindhunter Stranger Things was auch immer eher auf Netflix schauen dort muss es in 4K 3 sein es gibt eine Liste mit Kameras es gibt eine Liste mit Kameras die approved sind von Netflix die darfst du benutzen wenn du für Netflix schaffst aber die werden dir natürlich gestellt du bekommst ja das Budget von Netflix wenn du für Netflix schaffst bei eingekauften Sendungen zählt das nicht Blackmagic Ursa Mini Pro 12K auf ein paar Tage angekündigt das ist völlig verrückt völlig verrückt auf der anderen Seite das habt ihr vielleicht schon mitbekommen hat Canon die neue R5 angekündigt Fotokamera 4.500 Franken 45 Megapixel Vollformatsensor 8K RAW Video 8K 5K 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 6K 6K 7K 6K 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 7K 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 8K 9K 7K 7K 8K 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 9K 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 11K 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 12K 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 13K 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 14K 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 15K Damit wird man wissen, wie man Regisseur ausspricht. Ruben Fleischer, der Regisseur von Venom, ist das, der jetzt an den Schaden dreht. Ich bin gespannt, ich habe Venom nicht geschaut, da bin ich auch gespannt drauf. Das ist ein neues Format, das ich hier ausprobieren muss. Wenn dir das gefällt, drücke das Thymlaufe. Wenn du mehr sehen willst, abonniere doch meinen Channel. Und ich hoffe es ist ok, dass du das Video immer noch in HD schauen musst. In einer Welt, in der wir 12 K-Kameras haben. Damit der blöde! Aber ist mir wichtig. Oh, und das hat die Bildung. Och, du bist hast hier nicht. Ich habe mich richtig, sehr, sehr, sehr. Aber ich habe euch nicht sicher.